Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ja, ehrlich gesagt, ich habe jetzt etwas länger nicht mehr gespielt. Was für ein Wunder und ich weiß gerade überhaupt gar nicht, wo wir jetzt hier waren. Da hinten kommen wir nicht hin, aber ich glaube, wir sind hier irgendwie hochgeklettert oder so. Kann das sein? Ach ja, genau. Ich glaube, wir wollten hier in dem Gebiet weitermachen, aber das sah so groß aus, deswegen habe ich das jetzt nicht gemacht. Ja, das hatten wir noch geöffnet. Da rechts, glaube ich, haben wir auch nichts mehr, wobei das jetzt wieder neu hier steht, denke ich mal. Okay, ein bisschen Hacksilber ist immer gut. Nein, doch nicht du. Nein, ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich ausweichen, aber da ich jetzt gar nicht mehr weiß, mit welcher Tast ich ausweiche, wird das jetzt schwer. Okay, Moment, das ist so. Das sieht jetzt wirklich groß aus. Hier würde ich gerne mal arbeiten. Das könnte viel Geld für mich. Ach, das ist wieder so fähig. Nee. Ach, das hasse ich. Nein, das war die falsche Taste. Nein, dazu fehlt uns nichts. Eieieiei. Komm, Leute, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Und ich kann nicht mehr ausweichen, warum auch immer. So, jetzt treff den. Los. Doch, lauf, 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 lauf. Nein. Wieso hat der die jetzt nicht angegriffen mit RS? Was soll das? Doch, 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 du bist bereit. Du bist bereit. Zeit, komm. Jetzt aber. Geht doch. So. Du hast Potenzial, Junge. Hey, ich glaube, da oben ist noch eine von diesen Sandschalen, in die ich die Ruhm gemalt habe. Weißt du nicht, wie wir sie erreichen können? Ja. Ach so, Thema Sandschalen. Also nicht wegen der Sandschale. Man fällt gerade noch was ein. Hier war doch auch eine Rune drin. Moment, da oben ist eine. Äh. Aber das kann nicht sein, dass es hier weiter geht, oder? Oder war das die Rune, die uns in dem Raum davor fehlte? Was bist du denn hier? Kann man auf dich schießen? Ja, kann man schon. Aber ob das was bringt, ist die andere Frage. Okay. Ähm. Ich schaue noch mal eben ganz kurz nach, wie ich hier eigentlich ausweichen kann. Und, ja, bin gleich wieder da. So, ja. Also es war die Taste, die ich aber eben gedrückt hatte. Ja, jetzt auf einmal kann das. Nur im Kampf kann das plötzlich nicht mehr. Okay. Gut. Haben wir das dann wieder geklärt? Da hinten war gerade. Ist am Leuchten. Aber die leuchten eigentlich... Ja, doch. Die leuchten schon. Aber die kann er, glaube ich, nicht anschießen. Was meintest du denn, Kleiner? Äh. Da oben ist eine Sandschale. Genau. Da können wir jetzt aber nicht rüberspringen oder so, ne? Vater, sieh mal da oben! Ja, ja, ja. Habe ich schon gesehen. Wenn du mir jetzt noch sagst, wie wir da hinkommen, ist alles gut. Gut. Also ich denke mal, dass wir eventuell... Moment. Was ist denn da? Ja, und ich da unten. Kannst du da drauf zielen? Ne? Finde ich auch. Bringt uns nur überhaupt nichts. Ähm. Oder kann man da jetzt von links irgendwie reiten? Moment. Kann der... Kann der nicht. Das sieht nur so aus. Ähm. Da sieht uns auch noch aus. Nehmen wir natürlich gerne mit, die Sachen. So. Von da hinten... könnten wir theoretisch jetzt rüberkommen, oder? Äh... Doch, das ist hier. Da haben wir jetzt übrigens auch noch nichts gemacht. Und da müssen wir mal eben schauen. Aber da kommen wir nicht durch das Wasser, oder? Thomas! Äh. Äh. Ich will trotzdem noch mal kurz gucken. Ich weiß nicht, ob wir da in der letzten... Ach, das war, dass wir das holen konnten. Ah, ja, 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 ja. Okay. Ich dachte, da mussten wir jetzt was zerstören, oder so. Alles gut. So. Jetzt haben wir hier... Jetzt haben wir hier eine Ecke, wo es so aussieht, als ob da irgendwas hinter ist. Ja, perfekt. Haben wir den übersehen, beim Reinlaufen? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Hm. So. Jetzt habe ich gerade völlig die Orientierung verloren. Moment. Wir kamen jetzt... Von da. Das war nämlich die Sache mit der Truhe. Die Frage ist... Oh, da ist noch das N. Moment. Das N. Aber das... Er war es, glaube ich, ist komplett im hinteren Raum. Das kriege ich doch niemals hin. Das brauche ich gar nicht zu versuchen. Und das ist verschlossen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir da drauf jetzt dieses Ding werfen konnten. Das war hier. Ich meine... Ich meine, mich zu erinnern. Oh Gott, das ist schon wieder alles so lange her. Ja, ich weiß, aber ich habe leider überhaupt gar keine Möglichkeit gehabt. Beziehungsweise... Ach so, ich muss den Fall noch ändern. Beziehungsweise, ich habe es auch endlich mal geschafft. Okay, das funktioniert. Ich habe es jetzt endlich mal geschafft, Sherlock Holmes zu Ende aufzunehmen. Da habe ich mich auch lange drangesetzt noch. Was hast du jetzt für Probleme? Hallo? Kleiner? Kleiner, was machst du da? Muss ich das verstehen? Das sieht doch tatsächlich so aus, als ob die Dinger einen anzwingen können. Also so langsam ist das hier ein bisschen seltsam. Kann ich das mit dem anderen Pfeil irgendwie machen? Auch nicht, ne? Es kommt irgendwie alles so ein bisschen komisch vor. Ich weiß nicht. Okay, also dann haben wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. Aber es hat uns nicht wirklich was gebracht. Das unten haben wir, glaube ich, da hingeschoben, damit wir hinkamen, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, aus welcher Richtung wir jetzt kamen. Das haben wir jetzt rüber gemacht. Oder kamen wir... Ich weiß es nicht mehr. Nee, wir sind gar nicht von hier oben gekommen. Okay, also diese Dinger... Die sehen geil aus, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was man damit machen soll. Also da hinten ist die Schale. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall in die Richtung irgendwie durch. Moment, was ist hier? Damit sind wir, glaube ich, hochgekommen, oder? Hier sind wir aber auch schon gewesen. Das heißt, von hier aus... Werden wir vermutlich nicht da hinkommen. Hm. Gibt es hier irgendeinen Trick, den ich gerade übersehe? Mal wieder. Das würde mich ehrlich gesagt nicht wundern. Okay, ich dachte gerade, ich hätte irgendwo was knurren gehört. Also, da unten ist noch eine Truhe. Da kommen wir aber so nicht dran. Wir müssten das Ding irgendwie runterkriegen. Würde ich sagen. Entschuldigung, Kleiner. Weil ich hier gerade alle Sachen einsammle. Das ist doch die Flagge, oder? Die sich so komisch einhört. Ich weiß es eigentlich gar nicht. Hm. Aber von hier sind wir mal nicht gekommen. Trotzdem muss es doch irgendwie einen Weg geben, wie wir an das Ding rankommen. Weil das haben wir hier geöffnet. Also können wir ja nur von hier ausgekommen sein. Blöd, wenn man jetzt etwas länger schon nicht mehr gespielt hat. Das Problem ist halt, dass die uns auch nichts bringen. Dann können wir auch nicht mit den anderen pfeilen irgendwie, ne? Sehen schon ein bisschen elektrisiert aus, aber... Warum soll ich auf dich warten? Äh, Kleiner? Der sagt, warte auf mich und renne da weg. Ist der doof? Kann man von hier oben irgendwas machen? Ne, ne? Wieso rennt der denn jetzt da unten? Weil ich jetzt da runter laufe, oder wie? Kann ich das? Ne, kann ich nicht. Ich hab nur gedacht, vielleicht kommen wir hier oben noch irgendwo anders hin. Wie ist der denn jetzt da runtergekommen? Moment, ähm... Hm. Ja, das wird wahrscheinlich eine der langweiligsten Folgen überhaupt werden, Leute. Achso, da kann ich jetzt nicht mehr hin. Ich versteh's nicht. Kommen wir da hoch? Achso, ja klar, das war ja hier... Mhm. Das war auch der Weg, den wir ja reingekommen sind. Das Problem bei der Sache ist nur... Also mit den Runen hat das ja nichts zu tun. Sondern wir müssen irgendwie schauen, dass wir da hochkommen. Und ich hab grad scheinbar... Kann ich das wegspringen? Weil das ist so blau, deswegen hätte ich jetzt eher gesagt, nein. Aber vielleicht geht das hier... Moment, wir probieren das mal aus. Ähm... Aber da kann ich nicht hochklettern mit dem Ding, oder? Wenn ich das jetzt nehme... Komm ich da wahrscheinlich nicht mit hoch. Ich mein, ich probier's trotzdem. Aber ich denke mal nicht, dass das funktioniert. Komm mal mit, Kleiner. Wir müssen hier mal was testen. Ne, dann lässt er's los. Schade. Okay, also damit kann man's definitiv nicht öffnen. Ähm... Oder zumindest jetzt nicht mit dem, was jetzt hier steht. Nein, ich bin nicht wirklich so dämlich jetzt, oder? Ne, okay. Doch, ich bin so dämlich. Och, nein. Och, Leute. Oh. Manchmal... Ich... Da steh ich so auf dem Schlauch, ne? Also, da kommen wir nicht hoch, nehm ich mal an. Aber können wir da nicht schon mal... Können wir? Okay, theoretisch ist das jetzt Blödsinn wahrscheinlich, was wir gemacht haben. Da kommt man nicht hoch. Okay. Also, ich darf da anscheinend nicht hochklettern. Das heißt, ich, Idiot, hätte wahrscheinlich nur hier hochklettern müssen. Mal gucken, ob das denn geht. Ne, geht auch nicht. Nein, nein. Lass mich in Ruhe. Hm. Oder muss ich das in die Mitte machen, damit ich dann von da aus weiter springen kann? Das kann natürlich auch sein. Das ist so ungefähr bis hier. Damit man dann auf die andere Seite raufkommt. Aber ich darf hier trotzdem nicht. Da kann ich auch nicht runterspringen. Obwohl da eigentlich ein Zeichen ist. Ehrlich gesagt bin ich jetzt tierisch überfragt. Da müssen wir mal ruhen. Junge, hierher. Jawohl. Hä? Ja, komm auch. Ich hab zwar keine Ahnung, was der vorhat. Also, die haben jetzt kurz aufgeleuchtet. Aber... Ich kann da trotzdem nichts machen. Leute. Stehe ich jetzt hier echt so auf den Schlauch? Oder haben wir hier noch irgendwas anderes, was wir hier irgendwie wegmachen können? Oder in andere Ruhnen freigelegt werden oder so? Ne, ne? Wenn man das noch ist... Hm. Das bringt mir mal alles nichts. Also, ich entschuldige mich jetzt schon mal für diese Folge. Aber irgendwie ist heute der Wurm drin. Entweder stehe ich komplett auf den Schlauch und hab keine Ahnung. Übersehe hier irgendwas. Ich weiß nicht. Er hat gesagt, der Kleine soll herkommen. Aber der kommt nicht. Und... Oder kann er da vielleicht drauf zielen? Moment. Hm. Ich hab keine Ahnung. Ich stehe jetzt gerade tatsächlich komplett auf dem Schlauch und weiß nicht genau. Ich kann ja auch nicht runter, obwohl das irgendwie so ein gummisches Zeichen ist, als ob ich da runterspringen kann. Dahinten ist eine Truhe, die ich aber theoretisch nur erreichen kann, wenn das Ding runter geht. Ich würde gerne da hochkommen. Aber irgendwie darf ich nicht da hoch. Ich weiß auch nicht warum. Ich meine, ich kenne ja nur mit einer Tasse hochklettern. Aber das wollen wir offensichtlich nicht. Jetzt geht er wieder daran. Hm. Was willst du denn jetzt? Ach. Mich hier in meinem Elend noch veräppeln oder was? Also, das müssen wir auf jeden Fall wegkriegen. Dann, denke ich mal, werden wir auch da hinten hinkommen. Moment. Warum leuchtet das jetzt hier so blau? Kleiner. Komm mal her. Wo bleibt der? Komm mal mit. Dummer, kleiner Junge. Wo bist du? Hä? Hä? Kleiner. Da. Nein, jetzt renn nicht vor. Du sollst hier drauf schießen. Wobei das grün ist. Also, ich bezweifle, dass er da drauf schießen kann. Aber. Aber ich weiß, es hat. Ah, Moment. Es hat irgendwas damit zu tun. Oh. Kann er da was machen? Ah. 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 Moment. Das ist viel zu weit zum Springen. Ja, das weiß ich. Halt die Klappe. Ach, es sieht so aus, als ob die Lösung so nah lag. So eine Scheiße. So, und jetzt. Komm, mach hin. Oder soll ich dich? Na, ich soll dich wahrscheinlich komplett darüber bringen, ne? Komm. Das wird lustig. Drauf mit dir. Los. Na los. Schieb. Mein Gott. So. Jetzt kommst du da oben hin. Das kann doch nicht sein, dass das so einfach war. Ah. Äh, Kleiner? Hallo. Ja, weiß ich. Mach hin. Mach hin. Mach hin. Manchmal komm ich mir so dehnlich vor. Genau. Geh du schon mal rüber. Ich geh hin. Beschwört ein Krähen-Scham. Äh, Scham. Schwarm. Moment. Äh. Krähen-Schwarm. Machen. Viel Schaden. Genauso viel wie die Wölfe. Betäuben dabei aber nicht. Also finde ich die Wölfe immer noch am besten. Dann lasse ich die auch ausgerüstet. Okay. Ah. Dann haben wir zumindest das schon mal geschafft. So. Jetzt ist die Frage. Da oben. Oh, da komm ich da jetzt hoch. Moment. Das können wir jetzt immer kurz. Aber dann komm ich da hin wahrscheinlich wieder, ne? Ja, da kann ich nicht hochspringen. Ähm. Bin mir auch nicht sicher, ob wir da jetzt überhaupt rum müssen oder nicht. Okay. Hier können die auch nichts mehr kaputt machen. Die Frage ist, komme ich jetzt da vielleicht hoch? Ne, immer noch nicht. Okay. Ja. Dann bin ich jetzt allerdings überfragt, was wir jetzt hier theoretisch noch machen können. Hm. Nein. Muss ich schlagen. Falsche Taste. Ich gehe zu. Trotzdem bin ich eigentlich der Meinung, dass wir das freimachen müssen, damit ich oben weiterkomme. Ich weiß aber nicht, wie. Kann ich den nochmal da hochschicken? Auch nicht. Ich bin irgendwie überzeugt davon, dass der das da oben anschießen muss oder so. Was ist denn mit dem? Das ist jetzt so weit weg. Der ist auch immer zu demig zum Schießen. Das ist sowas von nervig. Das war ja zu, ne? Da konnte man nichts machen. Ja. Ich weiß, ich weiß. Ah. Oh, der mich jetzt gerade erschreckt. Ja. Ja, ich würde dann normalerweise sagen... ...dass wir hier einen kleinen Cut machen und ich mich dann in der Zwischenzeit nochmal so ein bisschen umschaue und mal so ein bisschen wahllos in der Gegend meine Axt schwingen werde. Jetzt ist das Ding schon wieder hier. Ich habe mich das nicht gerade eben kaputt gemacht. Ähm. Ja. Um eventuell herauszufinden, wie wir da jetzt weiterkommen. Ich habe absolut keine Ahnung. Ja. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um und werde dann in der nächsten Folge sagen können, ob ich was gefunden habe oder nicht. Beziehungsweise, wenn ich nichts gefunden habe, dann muss ich halt weitermachen und probieren und mich umschauen und verzweifeln. Ich hoffe, dass es in der nächsten Folge auf jeden Fall schneller geht als in dieser Folge. Bis dann. Ciao.